Gehen Sie langsam vor. Wir können am Tag ungefähr 10 bis 15 Wörter lernen und wichtig ist, dass wir sie immer wieder wiederholen, damit sie überhaupt in den aktiven Wortschatz übergehen. Überfordern Sie die Teilnehmer nicht mit zu viel Wortschatz und vor allem überfordern Sie sich selbst nicht, indem Sie zu hohe Ansprüche an sich selber stellen und zu viel in kurzer Zeit wollen. Natürlich brauchen die Flüchtlinge viel. Sie wollen kommunizieren, sie wollen sich integrieren, sie möchten zu Menschen in Kontakt treten, aber lassen Sie sich und ihnen Zeit.